Für die größte Part von meinem Leben habe ich in Seminole, Texas gewohnt, wo das Ferkel muss sehr windig ist und in der größten Part im Jahr wird das Ferkel sehr steigend sein. Das wird einfach so und wird in der Luft für die Taten im Jahr und das wird es ammerklich. Aber dann, nachdem, habe ich die Lehren getrocknet in Belize und wir wohnen in der Nähe im Jahr. Und in der Zeit, die wir in Belize wohnen, dann wird es alle gräunen. Wir kieken jeden Tag, wir kieken Sommer, wir kieken in den Winter, wir kieken in den Sommer, wir sind immer gräunen. Und es scheint sich so, als ob wir immer an die Kieken und wenn die God hat alles gemerkt, dann können wir anfangen zu schätzen, weil die Schöpfung der ganzen Welt und alles gemerkt hat. Wir sollen gräunen, wir sollen leben und das wird interessant. Und das bringt uns leider die Geschichte der Schöpfung im ersten Mal zum Kapitel ein. Du sagst Gott einfach, dass er am ersten Tag für das gemerkt hat, am zweiten Tag dort. Und so wieder geht es das Jahr der Länge und am letzten Tag haben wir uns dann als Menschen gemerkt. Und die Kreatur ist einfach ein Satz, der mit Menschen gemerkt hat. Aber dann, nachdem wir das neun Jahr gelaufen sind, sind wir hier in Maritur und es wird einfach kalt. Und wir sind hier in den Bäumen, einfach in Maden im Winter, weil es kalt und die Bäume bleiben bleiben. Und in der Wöwe an, dass wir hier noch mehr von Gott in der Kreatur sind, was wir von nie in den Waren kennenlernen können. Und hier ist auch so ein Ding, wo wir uns wollten zu schicken, weil es kalt und wir wundern, ob wir hier irgendwo leben können. Und das wird dann. Und dann können wir sagen, Gott, Dankeschön für diese Elenheit auch geben. Und dann für die Bars. Ich will die Möte sprechen. Was du in der Wüste von, wo es ist, 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 wo es ist. Nehm Zeit. Tick nur die Schöpfung für Gott die Mächt hat. Und nehm die Elenheit, um einfach dankbar zu sein, für was er getan hat. Ich bin Henry Radkamp für die Karte und Doktor.